Komm mit, wir rennen. Da oben ist es. Guck mal, da oben. Was ist das denn? Boah! Du, Ding, es hat mich! Film, wie ich sterbe! Boah! Hallo, Freunde! Hallo, Freunde! Und herzlich willkommen zu einem weiteren Horror-Video. Diesmal Teil 2 von... Content Warning! In dieser Folge... Schaffen wir es. Schaffen wir es, die 3000 Klicks zu bekommen. Und werden mal wieder von einem Massenmörder verfolgt. Ja. Wenn ihr Bock darauf habt, dann lasst jetzt schon mal den Daumen nach oben da und... Abonniert uns. Viel Spaß. Viel Spaß. Und werdet dann Mitglied für 4,99 Euro. Danke. Bist du bereit? Freunde, willkommen zurück. Ich bin bereit für einen neuen Tag. Ich bin bereit für einen neuen YouTube-Kanal. Ja! 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 Du, Fack und Pappnase! Auf SpookTube! Ja, Mann! Starten wir, oder? Ja! Alter! Ah, du filmst, Bro. Du filmst. Du kannst es besser. Ich film? Dass du nicht so viel Vlogs filmst. Ja. Ja, ja, ja. Außer du sagst, ich soll filmen. Toll, was ist das richtig? Was? Siehst du hier was? Nee. Also so ein Feld? Nee, bei mir ist hier... Okay, ist ein bisschen verbuggt scheinbar. Hier ist ein Boom-Mic. Hä? Lol. Und eine Kamera? Kannst du sie nehmen? Kann ich eigentlich aufnehmen. Okay. Leider nicht. Sollen wir neu starten? Oder wollen wir einfach spielen? Lass einfach spielen. Okay. Vielleicht kommen ja geile Bugs. Alter. Hä? Ich will sehen, ob du das... Ich will sehen, ob du das in meinem Vlog siehst. Hier sind nämlich vier Personen im Aufzug. Da sind zwei und da ist Sascha. Oder drei. Meinst du in der Tauchglocke? Alter. Das ist auch komplett verbreitet. Auf der Dings gewesen. Okay. Was? Auf dem Feld, wo die Namen stehen. Du bist zehnmal du gewesen. Alter. Jetzt nicht mehr. Okay. Okay. So, wir erkunden, Freunde. Bist du bereit? Ne, und da ist schon was? Geh rein! Was? Da war was. Da war was. Du lügst mich da rein? Ich schwör's dir, Digga. Warum hab ich die Kamera nicht? Bro, da war was. Nee, nee. Das war ja nur einmalig. Auf jeden Fall, wir werden schon jetzt verfolgt. Da war so ein, so... Da, guck, da ist er. Er kommt. Da ist was. Film, 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 film. Lass uns in Ruhe. Er geht auf mich. Ah, er hat mal die Kamera. Er hat mal die Kamera. Ah, film, 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 film. Film. Film mich. Was? Ich kann nichts machen. Ich sterbe, Sascha. Ich sterbe. Ah, ah, ah. Hilfe, Hilfe. Er tötet mich. Rette mich doch. Wieso rettet mich? Ah, Mann sieht's. Ah. Bro, ich glaub, der ist gestorben, Alter. Okay, ich hau mal ab. Scheiße, scheiße, ja. Scheiße, ja! Okay. Jetzt die Frage. Soll ich da... Freunde, da draußen ist ein Monster. Das Krasse ist, Leon, wenn man ihn angeleuchtet hat, war er weg. Ich glaub, der ist direkt vor meiner Tür. Ich geh einfach hoch, Leon. Wir machen jetzt wirklich... Heute schaffen wir die 3000 Klicks. Warum? Ich brauche zwar Content. Ich musste sehen. Ich musste doch sehen, wie du stirbst, Mann. Du wolltest doch... Du wolltest doch, dass du stirbst, Mensch. Oh, Mensch. Hier. Alter. Okay, bist du bereit? Das war mal ein schnelles Video, Digga. Ich hab die CD. Ich bin bereit. Okay, lass es uns anschauen. Junge, ich hab voll draufgehalten. Ja, und du lachst einfach nur. Guck, siehst du sie? Die drei oder vier Leute, die da stehen. Alter, das gibt überviele Klicks. Ja, und da ist schon was. Geh rein! Was? Wie, wo? Da war was. Ist das hungriger Hugo? Du lügst mich doch an. Digga, guck mal, unsere Klicks. Fim, 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 fim. Alter, Alter. 700. Ah, er hat mal die Kamera. Ciao. Du nimmst die auf. Alter, wir haben mich mitgrafft, Digga. Geil. Er lacht einfach nur. Ich wundere mich, rette mich, rette mich, doch. Oh, Gott. Soll ich da draußen sein? Ich wundere mich, ob in Harmony Spaß hat, Digga. Ich bin gestorben. Was ist das für ein Kommentar? Geil, schon tausend Klicks, gut. Alter, das ist gut. Guter Start. Okay, lass schlafen. Okay, lass schlafen und dann direkt wieder los. Schade, dass du dich doch auf meine Leiche drauf gehalten hast am Ende. Ja, Mann, stimmt. Blup. Blup. Wir haben 158 Dollar, sollen wir uns so Boomarm kaufen? Glaubst du, das ist Boomarm? Also meinst du wieder dieses Mike? Das Mike, ja. Glaubst du wirklich, das bringt was? Ich glaube schon, ja? Dann hol die Klappe. Okay. Klappe. Stellen. Okay, Amazon-Drohne. Da kommt die Amazon-Drohne mit unserer neuen Klappe. Ja. Film nicht zu viel. Da ist unsere neue Klappe. Freunde, Klappe die erste. Gut, sehr gut. Okay, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Weiter. Weiter. Filmst du, oder? Ja. Du. Dann bin ich der Klappenmaster. Ich habe eine Taschenlampe vergessen. Willst du mich kurz filmen? Willst du meine Taschenlampe? Ja, okay, ich filme dich. Klappe. Okay. Wir sind hier in dem Startgebiet. Wir werden gleich drauf gehen. Vielleicht, Freunde. Bleib dran. Ich muss schnell machen, weißt du? Ja, ja. Was war das? Okay, okay. Okay. Wir können ja erstmal chillig laufen. Chillig laufen. Sollen wir da runter? Ja. In der Mitte? Vielleicht schon, oder? Klappe die zweite. Mein Licht. Alter, geil. Ja, du kannst ja mehrmals zu ganz kurz filmen. Ja, man. Shorts. YouTube Shorts. Alter. Du kannst eigentlich auch einfach mich filmen, weil ich bin gruselig genug. Lass mich vor. Okay, okay. Du kannst draufhalten. Lass Leon mal vorangeht, Digga. Hallo, ist hier jemand? Hallo? Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Sollen wir links oder rechts lang? Sollen wir links lang? Äh. Okay, das ist auch spannend. Schrei dann filmen, wenn ich filmen soll. Filmen. Das ist ein Laser. Sollen wir da durch? Sollen wir da durch? Wenn du dich raus... Oder sollen wir woanders lang? Ich trau mich, okay? Ich trau mich. Aber wir können ja hier sneaken, Digga. Wir können ja sneaken. Ja. Film. Weil es drauf geht. Okay. Ich geh jetzt durch die Laser durch, Freunde. Es bleibt spannend. Ich hör was. Ich hör mit mir auf dich. Alter Sascha, was ist das? Digga, er hat mich vor. Läge mich. Er hat mich. Er hat mich. Er hat mich mit. Der nimmt mich. Ah! Nee, Achtung! Hilfe, Hilfe! Hilfe, klappe die erste Klappe, die zweite Klappe, die dritte Klappe, er ist hinter mir, glaube ich. Nee, er ist weg, er ist weg. Ja, hast du ihn gefilmt? Ja, 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 ja. Okay, ich brauche noch Leben. Lass, lass woanders hin. Bro, der Typ hat mich gepackt und fast in die Laser geworfen. Alter, okay. Alter, stimmt. Er hat den nach oben getragen und nach oben geworfen, so mäßig. Mich auch. Ich hab das Gefühl, gleich aufpasst, Tasche. Wollen wir zurück? Was meinst du? Ja, ich hab nur noch Viertel Leben. Alter, ich nutze die restliche Filmzeit. Ich filme dich jetzt einfach. Okay, klappe, ich klappe ganz viel, bevor ich zusammenklappe, Freunde. Achtung, ich hab das Gefühl, wir sind hier nicht alleine, Freunde. Das wird ein ganz spooky Video auf Spooktube. Alter, ich hab Angst. Schaut euch das Gebäude an, Alter. Freunde. Alter, schaut mal, das bin ich mit dem Gebäude. Okay, wir haben noch 5, 6 Prozent. Was war das? Hab ich was gehört? Lass gehen. Lass gehen. Lass gehen. Hast du's? Ich was? Ich was? Sascha. Gehen wir. Wir gehen, Freunde, wir gehen. Auch wenn wir da was hören. Tschüss, Freunde. Wir sehen uns im Leben. Tschüss, Freunde. Okay. Das steht halt, der Stadt hat immer noch Filme, etwas Cruisy ist. Ich glaub, das steht immer da, oder? Außer wenn wir wirklich kein O2 mehr haben. Denn wir haben Wodafone. Ja, ich glaub, das ändert sich nur, wenn du zu wenig Autor hast. Dann sagt er dir so, so langsam solltest du gehen. Okay, ich bin gespannt. Ich kann das Video noch nicht einschätzen, ob es viele Aufrufe oder... Was sagst du? 10k. Alter, was? Nee, 1,5k. Ich sag, 800. Ja, das ist 100. Ja, wir sind so mit unserer neuen Klappe. Ja. Ja. Da ist unsere neue Klappe. Freunde, Klappe die erste. Okay, das nützt sich aufrufen. Okay, wir sind hier in dem Startgebiet. Wir werden gleich draufgehen. My ears in Harmony is very loud. Was wollt ihr denn? Eigentlich. Hallo. Nice. Sollen wir links oder rechts laufen? Dann gibt das ein Laser. Sorry, da drüben. Okay, okay. So geil, Digga. Das ist nice, Digga, mit dem Vlog. Jetzt schau ich. Nicht da durchlaufen. Digga, mach mal. Hälte, Hälte, Hälte. Hälte, Hälte. Klappe die erste. Boah, was bist du denn? Alter, Alter, du richtig nah. Das riecht sich gut. Bro, ich zue Ding an, Merklin. Geil. Geil, finde ich geil, dass du Selfie-Modus gemacht hast. Hälte, Hälte. Hälte, 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 Hälte. Hälte, 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 Hälte. Ich nutze die restliche Filmzeit. Ich filme dich jetzt einfach. Okay. Klappe, ich klappe ganz viel, bevor ich zusammenklappe, Freunde. Alter, krasser Witz, oder? Was schlägt dir zu meinem Witz? Stimmt, hab ich gar nicht gehört. Boah, ich bin überlaut anscheinend. Schaut euch das Gebäude an, Alter. Freunde. Alter, schaut mal, das bin ich mit dem Gebäude. So würdest du auch im Real-Life vloggen, ne? Auch wenn wir da was hören. Just right there. The diving belt breaking and not taking you back. Fast 1,2. Okay, 1190. Okay. Okay, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Wie viel müssen wir noch? 800. Also, wir müssen eigentlich nur überleben. Ja. Eine Sache filmen und überleben. Sollen wir das als Ziel machen? Eine Sache filmen und überleben? Ja, okay. Ja. Dass wir wenigstens mal eine... Eine Sache schaffen, gell? Ja. Das ist echt so. Die Klappe haben wir auch noch. Stimmt. Soll ich den Boomarm noch holen? Du kannst halt nur eine Sache nutzen. Ja, ich hab ja drei Flots. Meinst du vielleicht, dass die Mikrofonqualität dann besser ist und keiner mehr schreibt? Könnte. Ja, könnte. Ja, eben. Das denkst du. Boah, Digga. Ah. Soll ich machen? Ja, okay. Ja, warum nicht, oder? Why not? Wir sind die ersten deutschen YouTuber. Wie hört sich das an, Freunde? Red mal. Yo, was geht ab, Mann? Der ist halt richtig unhandlich, weil der überall hängen bleibt. Oh, okay. Hallo, Freunde. Was macht Sachen lauter? Los, man. Ich weiß nicht, dass alles zu laut ist. Schau mich an, Mann. Mein Boomarm steht einfach, mach Sachen lauter. Hallo. Los, man. Hallo, Freunde. Oh nein, Leon. Komm mal kurz zu mir. Okay, ich komm zu dir. Ich hab das Gefühl, wir können es nicht zumachen. Schau mal hier. Hier ist so ein Ast. Soll ich es mal kurz zumachen? Ja. Okay, geht. Nein. Ich dachte gerade, es geht nicht mehr auf. Okay. Was war das? Weiß ich nicht. Ich bin oder wo ist das angeht? Okay. Freunde, wir sind wieder hier beim Gebäude. Und das ist Leon. Okay, let's go. Let's go. Das ist besser der Soundqualität diesmal hoffentlich. Sollen wir rennen, oder? Sollen wir hier oben mal lang oder unten? Wo geht's oben lang? Weil oben ging's doch doch lang. Hier rechts zum Beispiel. Ja, ja. Ja, okay. Lass mal hier lang. Okay. Ah, hier geht's einfach raus. Hier geht's einfach raus. Ja, okay. Ah, die Steps manchmal, gell. Richtig gruselig. Ja, ja. Das ist richtig laut. Ein Licht. Soll wirklich hier unten lang. Ja. Ja, wo sonst? Ich glaube, noch mal anders. Dann mal rein, aber okay. Ja, okay. Das kennen wir schon ein bisschen hier. Okay, nicht zu viel Sprintfähigkeit. Genau. Da muss jemand was verfolgt, dann... Da haben wir ein Problem. Wir haben ja Zeit. Zeitdruck haben wir ja nie gehabt. Nee. Sollen wir jetzt mal geradeaus hier? Ja. Wo sollen wir wieder da lang? Ja, genau. Okay, okay. Film schon mal. Da ist was. Bro, rechts neben dir. Da links. Ich schwör. Pass auf. Links auch. Warte, warte. Hey, ein Interview. Bitte ein Interview. Herr Schnecke. Ein Interview. Hallo. Da ist ein Schusshund. Ein Schusshund. Ich habe gerade rotes Licht gesehen. Sicher? Links, glaube ich. Ja, sicher. Vertrauen wir. Schnecke, ein Interview. Hallo. Ein Interview vielleicht. Achtung, das ist der, der sich einsperren kann. Im Käfig. Was machen wir jetzt, Digga? Wollen wir zurück, oder? Lass mal kurz checken. Lass mal kurz nach oben. Herr Schnecke. Sollen wir mal hier draußen rumlaufen und schauen, was passiert, oder? Können wir, ja. Weil hier sind wir sicherer. Weg von der Schnecke. Ja, Mann. Wir könnten auch einfach gehen jetzt, ne? Aber ich merke, ich weiß es nicht, Digga, weiß ich nicht. Ich habe zu wenig gefilmt. Ich habe noch 50 Prozent zu filmen. Ich filme noch hier ein bisschen. Aber wenn wir sterben, dann ist es vorbei, ne? Ja. Freunde, wenn wir sterben, ist es vorbei. Ja, vorbei. Wollen wir noch hier hin? Oder wollen wir nicht? Nee, gell, wir wollen nicht. Die Sache ist, wir sollten nicht zu sehr weg von unserem Schiff, oder sonst finden wir es nicht mehr. Du hast recht. Freunde, schaut euch diese Schrottinsel an. Ja, Mann. Alter. Schaut's euch an. Kann ich ein Interview mit Ihnen führen? Natürlich können Sie ein Interview mit mir führen. Wieso filmst du nicht? Ich filme, ich filme. Ich filme. Ja, klar, Digga. Okay. Ohne Witz, ich filme. Leon, Leon, Suchhund. Suchhund. Warte. Renn. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Freunde, wir werden verfolgt. Da ist ein Schusshund. Ein Interview mit Ihnen ab und der schießt auf dich. Oh, shit, Digga. Ich werde beschossen. Freunde. Jetzt Daumen nach oben. Auf Spooktube. Sascha, Sascha, Sascha. Ich kann nicht mehr filmen. Ich kann nicht mehr filmen. Lass rein, lass rein und gehen. Lass gehen. Lass gehen. Einfach gehen. Das ist gut. Vor dem... Habe ich am meisten Angst. Vor dem hast du am meisten Angst, gell? Ja, vor dem habe ich am meisten Angst. Weil der hat mich einmal mit einem Schuss einfach gekillt. Ich habe am meisten Angst vor diesem Messerstecher-Typ. Alter, der war auch heftig. Der macht es mit zwei Schlitzen tot. Direkt tot. Und der ist richtig schnell auch. Freunde, wir müssen nur noch 800 Klicks machen. Komm schon. Komm, das schaffen wir. Digga, mit 3000 Klicks 300 Dollar gemacht. Alter, das ist krank. Alter. Stimmt, da habe ich meinen Boom-Arm. Wie hört sich das an, Freunde? Red mal. Kein Unterschied. Yo, was geht ab, Mann? Hallo. Lass mich. Okay, let's go, let's go. Das ist ein guter V-Log, Digga. Da ist was. Bro, rechts neben dir. Sehr schön, sehr schön. Der Links. Warte, warte. Links war auch was. Das war der Hund. Echt jetzt? Ja? Ein Interview. Nice, Digga. Schusshund. Schusshund. Schnecke, ein Interview. Ein Interview vielleicht. Boah, Digga, die Klicks gehen. Ja, stimmt. Dann ist es vorbei, ne? Ja. Freunde, wenn wir schwärmen, ist es vorbei. Ja, vorbei. Freunde, schaut euch diese Schrottinsel an. Oh fuck, es wird knapp, gell? Ja, es wird richtig knapp. Wir sind bei 500. Kann ich ein Interview mit Ihren... Kann ich ein Interview mit mir führen? Natürlich können Sie ein Interview mit mir führen. Ach, du hast immer geswitcht von vorne nach hinten. Ich filme, ich filme. Ich filme. Ja, klar, Digga, okay. Ohne Witz, ich filme. Oh shit. Komm, bitte, bitte. Jetzt müssen wir noch aufrufen. Nein, das kann nicht sein. Bitte, bitte, bitte. Oh shit, Digga, ich werde beschossen. Nein. 632 Aufrufe. Nein. Nein. Wir haben es gerade nicht geschafft, oder? Scheiße. Alter, als ob. Also, das Mikrofon bringt gar nichts. Gar nichts. Das check ich aber nicht. Ich check nicht nach, was das bevor... ...bewertet wird. Bewertet. Ja, ich auch nicht. Alter, ich habe jetzt... Ich glaube, wir sollen gar nicht reden. 130... My ears, hungriger Hugo, is very loud. Das wird oft gesagt, gell? Ja. Vielleicht sollte ich gar nicht reden. The world used to be so big. Okay, lass mal schlafen. Ja, was müssen wir machen, damit es funktioniert? Lass mal schlafen. Das war nur ein Traum. Ah ja, stimmt. Gute Nacht. Gute Nacht. Nein. 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 Aber es war ja nur ein Traum, oder? Denn in Real Life haben wir 28.000 Follower. Alter, ja. Freunde, deswegen macht jetzt mal ein Follow voll. Macht die 30k voll. Freunde, haut die 30k voll. Ja, Mann. Let's go. Aufruf. Aber dieses Equipment bringt... Ich glaube, wir sollten eher weniger schreien, sondern... Oder? Oder was meinst du? Also, Equipment bringt gar nichts, ne? Also, du filmst jetzt. Du bist der geborene Filmer. Okay. Okay. Wir gehen wieder in die Kapsel, Freunde, jedes Mal. Machst du SOS-Zeiten? Geil, Alter. Bist du bereit? Alter, ich glaube, wir sind bereit für eine Folge, Freunde. Filme etwas Gruseliges. Von Filme etwas Gruseliges. Wir waren 100... Wir waren 100 Tage in diesem Gruselding. Und das ist passiert. Freunde, für mehr 100 Tage Videos abonniert unsere Zweitkanäle Dumpfbacke und Pappnase. Ja, für mehr Zweitkanäle Dumpfbacke und Pappnase. Nur Dumpfbacke und Pappnase. Den Patrick. Den Patrick. Diesen dummen Patrick. Ja. Du weißt genau welchen, gell? Warte, ich kann nicht mehr ran. Ja, ich weiß genau welchen. Ja, von deinem Zone. Okay. Freunde, wo sollen wir hier hingehen? Denkst du da rechts? Schreibt bitte in die Kommentare. Folgt mir, folgt mir. Ich bin so dankbar. 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 Hallo, wie fühlst du dich? Gekruselt. Nein. Oha, Digga, was passiert hier denn? Okay. Geht's hier runter, oder was? Alter, hier ist es ganz still. Guck mal, hier gehen Treppen ganz nach oben. Scheiße, ich hab meine Kamera ge- äh, meine... Rechts Tür. Wow! Wow! Digga! Da ist was! Dieses Ding, was man nicht sehen kann, wenn du Licht machst. Mach mal Licht aus! Mach mal Licht aus! Soll ich zurück? Hast du es gefilmt? Nee, gell? Nee, ich hab's nicht gesehen. Warte, du wirst es gleich sehen. Wenn's mich angreift... Es ist hier irgendwo. Komm mit, wir rennen! Da oben ist es! Guck mal, da oben! Was ist das denn? Boah! Komm an, das ist riesig! Du, Digga, es hat mich! Film, wie ich sterbe! Boah! Sascha! Ja? Komm mit, komm mit, wir gehen hier lang. Okay, okay. Freunde, wir rennen jetzt hier die Treppe hoch. Ich hab meine Taschenlampe verloren, Bro. Ja... Okay, wir sind hier draußen. Wir sind direkt an unserer Ding. Interessant! Ja, drop sie! Alter! Danke, Mann! Wollen wir noch mal runter kurz? Ich... Der hat mir kaum... Ich hab 5% Film nur noch. Oha, warum? Weil ich drauf gehalten hab, auf dich. Ah, okay. Komm, wir gehen noch mal kurz runter. Noch 5%, was krasses. Aus diesen 5% holen wir das krasseste raus. Was war das? Was war das, Bruder? Das war die Tür, das war die Tür. Ne, ne, das war nicht die Tür. Das war eigentlich ein Käfig-Sound. Kommt. Alter, wieso gehen hier so viele Türen auf und zu? Ja, wir sollten zurück, Digga. Wir sind nicht zu weit weg. Wegen 5% meinst du? Ja. Da ist kein Einleitung draufhalten und das war's. Was? Meinst du, wir sollten zurück? Ja. Was ist das? Film halt das! Guck mal, das ist das! Der Mixer-Typ! Film ihn! Film ihn! Da unten! Ah ja, Mixer! Mixer! Geh weg, hey! Okay. Okay, das war's mit Film. Lass abbauen. Vielleicht hätte ich nicht rein sollen. Scheiße. Oh, shit! Okay, sehr gut. Wollan, wohlan! Geradeaus! Das noch... Der ist hinter dir! Boah, war das knapp, Digga! Er ist hier, er ist hinter mir! Nee, nee, alles gut. Alles gut, alles gut. Er ist nicht hinter dir. Alles gut, sagst du? Ja. Der war aber gerade... Er ist aber nicht. Komm einfach. Okay. Das hat sich auch ganz lesen. Okay, lass gehen, lass einfach gehen. Das Licht ist von unserem Ding ausgegangen. Warum? Alter, was? Ja. Ich bin jetzt nicht mehr weg. Du hast noch eine Taschenbank, oder? Da... Pass auf, da ist die Schnecke, Bruder. Komm, schnell! Komm, schnell! Renn, 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 renn! Renn! Das sind drei von denen! Komm! Schnell! Mach's um, mach's um! Oh, Junge! Ich glaub wir sind safe, oder hoff ich? Drei... Digger, drei Schnecken. Das wär geil gewesen. Ja, Mann. Hätte ich doch noch die fünf. Aber die waren nicht... Die waren nicht da. Als... Dann wären wir gegangen. Ja, true. True, ja, ja. Okay. Sehr nice. Alter. Boah, Digger, das ist schon heftig, oder? Ja. Also einfach ist es nicht. Okay, schauen wir uns unseren... Unser... Unser... Podcast. Ja, Mann. Bist du bereit? Ja, Mann. Wir gehen wieder in die Kapsel, Freunde. Jedes Mal. Alter. Seid ihr bereit für die Folge, Freunde? Eine neue Folge von... Filme etwas Gruseliges. Der Wahnsinn, der Dumpfbacke und Pappnase. Ja, für mehr Zweitvideos. Freunde, wo sollen wir hingehen? Links oder rechts? Ich glaub der Kameramann darf nicht reden. Was erwartet uns hier? Ich hör irgendwas? Ja? Es wird sehr gruselig. Nee, I think Inharmonie is very good at speaking. Ah! Entschuldigung. Was sind hier denn? Trotzdem darfst du nicht reden. Geht's hier runter, oder was? Ah, Digger, ja. Alter, hier ist es gar nicht stehen. 400 Aufrufe. Wir haben noch nichts Gruseliges unbedingt gesehen. Ja, eben. Guck mal, hier gehen 3... Es hat schon 500 Aufrufe. Und jetzt geht's grad richtig an. Wow, Digger! Was? Weißt du was? Wo? Wo? Dieses Ding, was man nicht sehen kann, wenn du Licht machst. Nicht sehen... Mach mal Licht aus! Mach mal Licht aus! Wie du rufst, das ist die ganze Zeit. Ich mach's gleich wieder. Alter, 800 schon. Rechts von mir ist irgendwas. Ich renne, ich renne! Ich renne, ich renne! Ich renne, ich renne! Was ist das denn?! Wow! Scheiße, Bruder! Du, ich renne, ich renne! Du, ich renne, ich renne! Sascha! 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 Überlebe, überlebe! Renn, renn, renn! Komm, renne, komm, renne! Wir? Don't let it get you! Was ist soothing? Interessant! Ja, drop sie! Äh, smooth, also so. Ah! Ah, ja, Mixer! Mixer! Geh! Okay! Okay, der tausend Aufrufe ist okay. Ich versteh's aber noch nicht. Ich glaub, man muss immer neue Sachen filmen. Ja. Okay, let's go, gehen wir pennen. Lass uns schlafen und, ja. Komm, wir schaffen, wir müssen es doch schaffen. Ja, man, einmal! Boing! Lass uns gleich mal schauen, ob wir was anderes, also was besseres holen können, wie eine bessere Taschenlampe oder sowas. Vielleicht für mehr Beleuchtung. Ja, genau. Aber weißt du, was ich meine? Wo wir in den neuen Raum reingegangen sind, haben die Klicks geregnet. Wie? Also einfach, dass wir kurz in verschiedene Räume eher reingehen, weißt du? Oder überdenken. Ach, keine Ahnung, kann gut sein. Wie auf YouTube. Workout, Digga, wir können einen Dance, einen Applaus, Camille. Alter, was war das? Es gibt Defibrillator. Und Hager. Ah, für, das ist, um wahrscheinlich Leben aufzufügen. Alter, defibrillieren. Aber wir haben nicht genug Geld. Gehen wir einfach. Wir könnten modern Flashlight holen, eine. Aber lass uns gehen, oder? Ah! Das war spooky, Freunde. Du hast zu spät gefilmt? Ich film mal weniger. Naja, ich weiß. Ich hab mich erschrocken. Erst dann geht das Dickenlicht an. Okay, ich bin gespannt. So, jetzt machen wir den krassesten Guntalk. Bist du bereit? Da hinten steht schon was, glaube ich. Ah ne, ist nur ein Geländer. Hauf zu filmen. Ne, oder keine Ahnung. Film, was du denkst. Du machst das schon richtig. Okay, gehen wir wieder runter. Gehen wir runter. Wir gehen runter, Freunde. Film mal kurz. Auf mich. Wir gehen weiter runter, Freunde. Da hinten ist ein Schneckenmann. Aber der bringt nicht viel Klicks. 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 Geh weg. Komm, hier lang. Lass gehen, lass gehen, lass gehen, lass gehen. Er verfolgt uns ziemlich schnell. Vielleicht wenn wir durchrennen. Guck mal, hier ein Riesentor. Riesentor, sagt der. Boah, Digga. Schaffen wir es irgendwie wieder zurück? Wir schaffen es zurück. Steht da was? Was ist das denn? Ich weiß es nicht. Guck mal, hier. Ich bin hier runter. Ich höre auf jeden Fall was. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Okay. Kommen wir wieder zurück? Also. Oder wo, wo lang? Okay, hier war ich noch nie. Was war das? Wow, wer bist du denn? Film mal, der ist so ein Massenmörderer. Renn! Hier, 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 links, links. Hinter mir, hinter mir. Leon. Hier unten. Ja, hier. Okay, hi. Scheiße, und jetzt? Ich bin gerade einfach hinterher gerannt. Da lang, oder? Okay. Hast du den gesehen? Ich höre ganz komisch. Ja, ja. Da ist halt der Typ, der Schneckentyp irgendwo. Da, da ist ein anderes Vieh. Bruder, da hast du eine Riesenschnecke. Hey. Hey, hallo? Alter, Alter, Alter. Oh, ich bin eingeschleimt. Der hat mich. Ah. 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 Leon. Mann. Bro, wo bringt der mich hin? Der bringt mich nach Afrika. Lol, er hat mich einfach rausgebracht. Was ein Ehrenschleim. Danke. Hat der mich gerade echt rausgebracht? Geil. Oder nicht so geil? Bro, wo bin ich hier? Warte mal. Das ist nicht so geil. Okay. Jetzt muss ich nur noch irgendwie in die Kapsel kommen. Gibt es einen Chat? Nee. Scheiß. Scheiß. Wo ist es gar nicht weit? Ja, nur so geht wie das nicht. Steht da jemand? Leon. Ich mach kurz die Kapsel zu. Uh. Geschafft. Jetzt muss nur noch Leon das schaffen. Komm Leon, bitte überlebt, Digga. Bitte. Wahrscheinlich. Bitte überlebt. Da ist er, da ist er. Komm Leon. Komm rein! Mich hat der Massenbörder ver... Echt jetzt? Weißt du, was der Schleim gemacht hat? Okay, lass uns nicht gehen, ich hab keinen. Was hat der Schleim gemacht? Der hat dich weggezogen, oder? Der hat mich einfach... Der hat mich einfach zu einem anderen Ausgang gebracht. Ich musste nur die Treppen im Kreis hochlaufen und war dann da. Wow, Alter. Ja, Mann. Der war voll nett. Ah, guck mal. Wenn ich hier hingehe, dann... Ja, auch hier. Was hab ich vorher gesagt? Oh. Oder gemeint. Gesagt hab ich's nur in meinen Gedanken. Ach so. Okay! Ich bin mal gespannt. Das gibt bestimmt gute Klicks. Okay. Ah! Das war Spooky, Freunde. Guntalk. Guntalk? Okay, okay. Das war nicht nur in Gelände. Wir gehen runter, Freunde. Auf mich? Ich bin mal gespannt. Wir gehen weiter runter, Freunde. Ich bin mal gespannt. Ist hier was? Schneckenmann. Aber der bringt nicht viel Klicks. Der bringt nicht viel Klicks. Ach, du scheiß Schneckenmann. Du bringst keine Klicks. Geh weg! Tor. Riesentor, sagt er. Ist hier was? Ist hier was? Was ist das denn? Es ist echt wenig passiert am Anfang. Ja, aber trotzdem viel Klicks. Weil wir neue Sachen erforschen. Es geht gleich noch ab. Ich glaube, es geht gleich noch ab. Was bist du denn? Film an das? Du machst mal eine Renn? Ja! Boah, geil. Guck mal, ich renne einfach hinterher. Ich renne auch hinterher. Ich habe irgendwas hinter mir gehört. Geil, geil. Das gibt gute Klicks. Alter, wie der lacht. Ich renne einfach an ihm vorbei. Hinter mir, hinter mir. Links, sagst du? Du, da sagst du eine Riesen-Schnecke. Alter, Alter, Alter. 1.300, das ist gut. Gut. 1.400? Wo bist du? Alter. Ich habe dich verloren. Ja. Sascha? Sascha? Scheiße. Alter, geil. Was hast du jetzt gemacht? Jetzt kannst du sehen, was ich gesehen habe. Boah, geil. Ist das in Hauni? Geil. Ja, und dann hatte ich keine Dings mehr. Aber 1.500 Aufrufe, ist schon mal gut. Stark, Mann. Jetzt brauchen wir nur noch 400. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir safe hin. Das kriegen wir locker hin, oder? Außer wir sterben. Okay, dann lass uns schlafen im Morgen. Sollen wir auf safe machen? Sollen wir richtig safe machen? Ja, safe. Off safe. Okay. Weil ich will wissen, was passiert. Ich auch. Freunde, wollt ihr es auch wissen? Dann schreibt Wissen. Macht A. Wissen macht Sascha. Wie sehe ich noch meinen... Wie sehe ich aus? Das habe ich gerade gar nicht drauf geachtet. Habe ich meinen O-Mund? Ja. Okay, gut. Soll ich die Tasche... Soll ich wieder filmen? Ja. Gehen wir direkt, oder? Wir brauchen keine Kunden. Soll ich einen Defibrillator kaufen? Das wäre eigentlich geil, aber... Also, komm. Ja? Oder eine bessere Taschenlampe. Auf den Defibrillator, Freunde. Ach, Taschenlampe wäre halt auch geil, ne? Aber Defibrillator... Falls jemand stirbt, dann kann man ihn wiederbeleben. Wir haben ja genug Kohle mit YouTube gemacht. Oh, scheiße, Digga. Der hat... Okay, Entschuldigung. Ich habe schon zwei von fünf verbraucht. Ach so, ja, geil, Digga. Entschuldigung. Kennt ihr diesen einen Freund, der immer eine Kamera dabei hat? Was? Nichts. Schau mal ein YouTube-Video, dann weißt du, was ich gesagt habe. Ach so. Alter, drückt mich einfach aus. Da steht jemand, Bro, da steht jemand. Guck mal. Wo? Da. Direkt mitten auf dem Feld. Das ist das Auge. Könntest du draufstehen oder nicht? Film den auch. Aber wie kommen wir an dem vorbei? Ja, aber wie? Hier rechts war doch... Okay, hast du ihn aber gefilmt? Okay, ich hoffe, wir triggern ihn nicht. Okay, ich bin bei dir. Nice. Wir gehen jetzt hier außen rein, Leute. Lass aber wirklich nicht zu tief rein. Wo ist das Auge hin? Ich sehe es nicht mehr. Lass nicht zu tief rein, sagt er, Freunde. Ja. Genau. Ich will, ich gehe immer tief rein. Bis zum Anschlag. Okay. Da liegt was auf dem Boden. Was ist denn das? Ein Maulkorb. Ah, nee. Ich kann das einsammeln. Ja. Alter. Alter. Ein Haul. Da ist was. Digga, das Auge. Das Auge ist direkt da. Scheiße, Digga. Lass uns. Sollen wir gehen? Sollen wir gehen? Du musst es anleuchten. Das hat uns nicht gesehen, Freunde. Wir schleichen uns davon. Wollen wir nochmal hier hin? Sollen wir oder reicht es schon? Ich weiß nicht, ob das reicht, Digga. Das sind nur 400 Aufrufe, ne? Glaubst du, das reicht? Ja, ich glaube schon. Glaubst du, das reicht? Wir können auch gerne nochmal... Sei ehrlich. Wenn du glaubst, das reicht, dann gehen wir. Ich bin aber gerne nochmal hier. Hier war halt der Masse. Da sollten wir nicht rein. Das ist ein Sacklasser. Dann lass uns gehen. Ich sag, lass uns gehen und wir gehen weiter rein. Da ist wieder das Riesen. Lass nicht zu weit rein, wie gesagt, ne? Ja. Ich würde eher nach oben jetzt gehen, tatsächlich. Okay. Das ist auch eine Sackgasse. Ja. Nein, Spaß. Hier könnte das Auge sein, Vorsicht. Ja, ja, hier ist es aber. Okay, es steht nicht mehr da. Das Auge ist nicht mehr da, Freunde. Wir gehen jetzt wieder hoch. Ich hab noch 30 Prozent. Wir können draußen noch ein bisschen filmen. Perfekt. Vielleicht sehen wir da was. Was war das? Ich hab was gedroppt. Das Auge ist nicht mehr da. Wollen wir nochmal hier gucken, ob er da ist? Da stand das Auge vorhin, oder? Ja, aber es ist nicht mehr da. Ich glaub, der hat uns verfolgt. Ich glaube auch. Oder? Mein Auge. Mauge. Mauge. Schreibt uns in die Kommentare, welche Monster ihr am liebsten seht. Und vergesst... Und vergesst... Und vergesst nicht, das Video zu liken. Ich bleib jetzt genau hier stehen, bis so ein Massenmörder... Äh, bis so ein Maschinengewehrhund kommt. Genau hier oben drauf. Ich bin jung und frisch. Ich... Ich komme rein... In die... Vielleicht da hinten irgendwo. Leon, hinter dir ist was Da ist eine Schnecke Ah ja Da vorne, ne? Hey Schnecke, hey weg Lass zu unserem Ding, lass gehen, oder? Ja, ja, ja Die Sache ist, wenn der uns zu nah kommt, der darf uns zu ziehen Wir können wieder nicht weg, weil er ein Türpick bei uns kloppt oder so Bro, wir sind... Digga, Digga, das Auge Das Auge ist vor mir Scheiße Du musst nur angucken Nein, nein, guck's einfach an, dann kommt der nicht Oha, der ist überschnell Alter, guck mal, wie's da steht Wenn ein Türpick macht Wenn ein Türpick macht, können wir nicht mehr weg Schnell, 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 ich hab kein Film mehr Ja, ja, ich check's dir ein Alter Tschuldigung Ja Ich kann leider nicht mehr filmen Alles gut Okay, ich entwickle den Film, Sascha Oh Oh Das endet die Klasse Oh, was? Oh, was? Oh, was? Okay, schauen wir uns dieses... Vollidiot, wirft Kamera auf den Boden Da steht jemand, Bro, da steht jemand Guck mal Da Direkt mitten auf dem Feld Das ist das Auge Sollten wir drauf filmen oder nicht? Aber wie kommen wir an dem vorbei? Gute Frage, Digga Wollen wir ausmachen? Ich film ihn nochmal Wie, ich glaub wir müssen länger auf Monster Eben das hatte ich hier probiert Dass da Kommentare sind 200 Aufrufe Wir haben's gleich Okay, wir haben's geschafft Wir brauchen nur 400 Bis zum Anschlag Wir haben's geschafft, wir haben's geschafft Was ist denn das? Ja, sehr, sehr gut Ich kann's einsamen Alter Alter Ein Haul Da ist was Digga, das Auge Das Auge ist direkt da Oh, Scheiß Hat uns nicht geredet, Freunde Wir schleichen uns davon Sascha will noch Ist das in den Haaren? Das Auge ist nicht mehr da, Freunde Wir gehen jetzt wieder hoch Ja, wir haben's locker geschafft, Digga Ja, aber ist es nicht mehr da Freunde Schreibt uns in die Kommentare, welche Monster ihr am liebsten seht Und vergesst nicht, das Video zu liken Sascha will jetzt Monster anlocken Das ist ein Musikvideo Oh Schnecke, hey, weg Digga, das Auge Das Auge ist vor mir Scheiß Ich glaube, es mag das Flashlight nicht Okay, ja Du hast recht Geil Okay, wir haben's geschafft Weißt, wir können jetzt pennen gehen Und werden die bekanntesten YouTuber YouTuber 3600 Klicks, Digga Das machen wir in 48 Stunden In 48 Stunden 400 Dollar gemacht Ja, Mann, und wir haben's hier Leider ist unser Geld nicht so gut Zwei Tage 45.000 Aufrufe Digga, was Wie sollen wir das schaffen, Digga Jetzt ist die Frage, Digga Sollen wir hier aufhören? Ja, schon, oder? Eigentlich Oder weitermachen Freunde Wollt ihr sehen, wie wir 45.000 Aufrufe machen? Oder so Ich dachte, du hättest ne Knarre Wollt ihr das sehen? Alter, ja Das ist immer noch Drei von fünf Dann würde ich sagen, Freunde Falls ihr Eine Fortsetzung Sehen wollt Dann schreibt 45k In die Kommentare Alter, ja Und abonniert uns Dass wir bald auf 45k Abonnenten sind Ja, Mann Und kommt auf die Gamescom Für das Abo-Treffen Von Sascha und Leon Ja, Mann Freunde Daumen nach oben Und einen wunderschönen Tag Tschüss Tschau